Deine Fragen, meine Antworten. Zeit für das nächste Q&A. Aber wie immer gibt es das Ganze erst nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei Just a Schmidt. Wenn du mehr über Foto, Video und Drohntechnik erfahren möchtest, ja dann wäre es jetzt die beste Zeit, diesen Kanal zu abonnieren. Aber jetzt wird es mal wieder persönlich, denn Q&A Zeit. Deine Fragen, meine Antworten. Was war deine erste Drohne? Meine erste Drohne war bzw. ist die Swing von Parrot. Das ist so ein Ding wie so ein X-Wing-Fighter aus Star Wars, kann horizontal fliegen, kann sich so swing, kippen und dann kann sie so vertikal fliegen. Hat bei mir das mega Drohnenfieber entfacht, habe ich mal günstig geschossen. Welche ist deine professionellste Drohne? Ja und die professionellste Drohne in meinem Hangar ist die Mavic Pro 1 in der Platinum Version, denn ich finde sie erfüllt alle Kriterien für eine professionelle Drohne. Sie kann bis zu 4K aufnehmen, sie kann super leise fliegen, sie kann super lange fliegen, sie hat eine super Stabilität, hat so ein paar Feature-Programme und könnte auch in D-Log filmen, auch wenn ich das selten mache. Wenn ich mal mehr brauche, also höhere Kriterien an einen Auftrag oder so gestellt werden, ja dann könnte ich mir irgendwie eine Drohne leihen oder ich miete mir einfach irgendeine professionellere Drohne, wenn ich meine ich brauche das oder wenn der Auftraggeber meint, er braucht das. Wie viel Geld hast du schon für ein Drohnen-Hobby ausgegeben? Ja, Drohnen kosten Geld, vor allem wenn du dir so Spielzeug oder Fun-Drohnen holst, die du entweder crasht oder nicht mehr gut verkaufen kannst, kauf dir lieber eine gute und dann hast du weniger Geld investiert, als wenn du viele, 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 viele kleine kaufst. Welche Drohnen von DJI besitzt du? Ja und auf dem Parkplatz von DJI stehen in meinem Hangar hier nur drei und zwar die Spark, die Mavic Mini und die Mavic Pro Platinum, denn immer mal wieder geht die eine weg, die andere kommt, aber ich finde so dieser Fuhrpark, die Mavic Mini, weil sie immer klein und dabei ist und die Mavic Pro, wenn es mal was Besseres sein soll, ja für mich reicht dieser Fuhrpark, ich lasse mich gerne überzeugen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es jetzt nicht heute wird, denn sie kostet 849 Euro in der Single-Version und 1049 in der Fly More Combo. Das finde ich richtig viel Holz und ich persönlich finde, dass sie wenig Verbesserungen für diese Menge an Geld zum Beispiel zur Mavic Pro Platinum bildet. Ja, sie hat eine bessere Bildrate, ja sie hat besseres Active Tracking, ja sie hat ein paar mehr Sensoren, aber reicht, brauche ich nicht und sonst miete ich mir eine Mavic Air 2. Wo bist du versichert? Ich habe eine super Versicherung, ja das soll jetzt keine Schleichwerbung sein oder was auch immer, das ist die Rion Versicherung. Da bin ich hervorragend mit zufrieden, kannst ja mal im Internet gucken. Hattest du mal Ärger mit der Polizei wegen deiner Drohne? Ja, so Probleme mit der Polizei direkt wegen Drohne hatte ich noch nicht. Es passiert immer wieder, dass irgendwelche Leute genervt sind von den Drohnen. Es passiert immer wieder, dass irgendwelche Leute alles besser wissen mit den Drohnen. Das Beste ist dann halt wirklich zu sagen, ja okay, es tut mir leid, leg dich nicht mit denen an. Sie haben ihre vorgefertigte Meinung, sei nett, sei freundlich, lass sie in Ruhe, dann lassen sie dich auch schnell in Ruhe. Und mit der Polizei hatte ich nur ein einziges Mal Stress und das war, weil ich zum Drohnenfliegen falsch geparkt habe. Dann hat ein Anwohner die Polizei geholt, das hat aber nichts mit der Drohne zu tun. Fliegst du auch mal nur zum Spaß so im Garten? Ja, das kann ich einfach mit einem Ne beantworten. In der Regel sind alle Flüge durchdacht. Ich habe entweder ein Thema im Kopf oder ich mache für den Instagram-Account oder ich fliege halt für Auftraggeber. Aber ansonsten, nee, so privat gucke ich nicht mit dem Ding durch die Gegend. Was ist das schönste am Drohnenfliegen? Ja, ich liebe halt schon immer diese Flugperspektive. Also das Gefühl, Sachen von einer anderen Perspektive aus zu fotografieren, macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und natürlich, wenn du dann auch noch wie so ein gefernsteuertes Auto hast, das sieht ja total toll aus. Und hier hast du ja jetzt sogar ein gefernsteuertes Flugobjekt. Macht einfach irre viel Spaß. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Fliegen und der Perspektive. Seit wann machst du YouTube und warum? Ich liebe Technik und ich liebe es, Dinge zu erklären. Ich liebe es, Probleme zu lösen. Und wenn du ein Problem hast, liebe ich es zu erklären. Und da haben auch andere noch was von. Also was liegt näher als YouTube? Ja, und so ist das Ganze halt geboren. Und 2017 hatte ich mal eine kurze Auszeit und da war halt einfach die Startzeit für YouTube gegeben. Und seitdem mache ich immer weiter. Wie kommst du auf die Videothemen? Ja, und egal über welches Medium du deine Frage an mich stellst, über Insta, Facebook, hier über die Kommentarfelder, was mir persönlich am liebsten ist, weil da kann ich es einfach sortieren und dann kopieren, kommen viele, viele Themen. Natürlich informiere ich mich auch über die neuesten Trends oder ich überlege, was für Probleme man haben könnte, die man lösen könnte. Ja, so entsteht das Ganze. Aber nichtsdestotrotz, nicht zuletzt durch dich. Hättest du gerne ein Sponsoring? Ja, natürlich würde ich mich über Partnerschaften riesig freuen. Das heißt also, wenn DJI sagen würde, hey, hier ist die neue Mavic Air 2, teste sie für uns. Ja, würde ich total gerne machen. Ist aber leider aktuell noch nicht so. Und falls DJI oder Amazon mich hört, bitte gerne. Wie viel verdienst du mit YouTube? Also wenn ich die Zeit überdenke, die ich dafür investiere, Videos zu machen, nochmal neu zu machen und nochmal Schnitt hier und Vertonung da und B-Roll hier und Recherche da. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Wenn ich dann Zeitung austragen würde, hätte ich schon viel, viel mehr Geld verdient. Aber mir macht es einfach Spaß, Videos für dich zu machen. Machst du mal ein Fan treffen? Sowas in der Art habe ich schon mal überlegt. Wenn jetzt diese Corona-Zeit vorbei ist, könnte man mal ein Fan fliegen machen. Das heißt also, wir könnten uns gemeinsam irgendwo treffen. Es gibt da ein paar schöne Locations, die ich kenne. Und dann könnten wir mit vielen Leuten einfach mal fliegen, uns kennenlernen, wenn du darauf Lust hättest. Schreib es doch mal in die Kommentare. Hast du eine Freundin oder einen Freund als Beziehung? Ich habe vielleicht eine komisch klingende Stimme, aber ich lebe und liebe mit meiner Freundin zusammen. Hast du Angst vor dem Coronavirus? Nee, also ich habe gar keine Angst davor. Ich will ihn aber auch nicht haben. Dementsprechend halte ich mich halt an alle Vorschriften, wie zum Beispiel Maske auf. Ich habe so eine FFP2-Maske. Desinfiziere mir die Hände, halte die Abstände ein und versuche halt so wenig, wie es geht, Kontakt mit anderen Leuten zu haben. Schaust du Serien auf Netflix und Co.? Ja, ich glaube, Netflix ist für mich gemacht worden. Ich zeige dir mal ganz kurz, welche Serien ich alle geguckt habe. Manche sind dann auch auf Sky oder auf Amazon Prime gewesen. Ja, und wie du siehst, ist das schon eine echte Menge. Und aktuell, ich glaube, die aktuellste Serie, die ich gerade gucke, ist White Lines. Sehr schräg. Spielst du Computerspiele? Ja, ich nutze einen Mac. Und irgendwie benutze ich den Computer lieber zum Arbeiten als zum Spielen. Ich gucke dann halt lieber Serien. Ich glaube, ich habe ein einziges Spiel drauf, das heißt Gardenscape oder sowas. Ist irgendwie so, sowas ähnliches wie Candy Crush. Als was arbeitest du? Ich arbeite als Systemadministrator in einem Steuerbüro. Vielleicht für dich langweilig. Mir macht es unglaublich viel Spaß, an Datenbanken zu schrauben, die E-Mail-Server zu prüfen, für die Kollegen da zu sein und deren Support zu machen. Ich habe auch jetzt in der Corona-Zeit super viele Computer für Homeoffice vorbereitet. Ja, Systemadministrator. Und was kommt jetzt? Und Grüße gehen raus, ganz kurz, an André, Theodor, TravelJohnnyTV, Horst Schmidt, PyroJazz, Fred Crafter, Electric Techie, Verlord und Heinz-Dieter. In dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlässt mir ein Like. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, hinterlässt mir zwei Likes. Deine Meinung, deine neuen Fragen ab in die Kommentare. Und in diesem Sinne, stay tuned! Und dann, wenn du das Video gefallen hast, dann, wenn du das Video gefallen hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017